Heute ist nicht alle Tage, ich komme wieder, keine Frage. Doch für heute ist wirklich Schluss. Hallo zusammen, schön, dass ihr meinen Kanal wieder eingeschaltet habt. Ich freue mich. Heute möchte ich euch mitnehmen, arbeiten an Poseidon und Test- oder Übungsfahrten am Silvester. Ich wünsche euch einen schönen Tag noch. Bis bald und passt auf euch auf. Martin Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis bald. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Wir sehen uns beim nächsten Mal.